Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Rav. Ich habe jetzt ein kleines, etwas längeres Päuschen gemacht. Da bin ich mir jetzt nicht mehr so ganz sicher, was ich heute alles gemacht habe. Wir haben auf jeden Fall das Ding wieder. Also, was heißt wieder? Wir haben das Ding hier gebaut. Ich bin mir jetzt nicht sicher, was ich heute alles gemacht habe oder was ich jetzt noch vorhatte. Ein Blatt. Was? Frisches Wasser. Okay. Muss ich auch gießen, weil... Bei Forest war das jetzt nicht so, dass man die gießen muss. Was feier ich? Äh, warte mal. Dann hier. Genau. So. Dann muss ich hier jetzt noch so ein Ding hin. Ach so. Kommt hier nicht... Kommt hier nicht hin? Okay. Dann muss ich, äh... Jetzt sowas hier machen. Naja, dann warten wir lieber. Jo, da haben wir wieder den dicken Turm. Dann würde ich sagen, die Garte rüber nehmen wir hin. Und nehmen die beiden Kartoffeln. Sind wir hier noch... Wir haben noch Kartoffeln. Nice. So. Packen wir die auch schon mal hier hin. Das machen wir jetzt mit der Glasscheibe da. Wir haben hier noch irgendwie was, was wir das brauchen. Lars, eins von vier. Faire. Äh, brauchen wir noch nicht. Hier. Hier brauchen wir dieses Glibberzeug. Oh, warte. Jo, haben wir. Komm, wollen wir jetzt mal... Nee, wir riskieren das mal. Und schippern da mal hin. Ich hoffe, wir überleben das aber auch. Den müssen wir aber noch ganz schnell mitnehmen da hinten. Ja, ist wichtig. So, Boris. Bitte greif uns nicht an. Nein. Komm. Ja. Oh. Schwarze Farbe. 72 Mal haben wir das? Okay. Warte mal, packen wir mal, tauschen wir mal hier. Wie mache ich das jetzt? Lass mir raten, ich brauche einen Pinsel, hä? Hier gibt's kein Pinsel. Hier gibt's kein Pinsel. Hier gibt's keins. Hier gibt's kein Pinsel. Was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt damit jetzt wirklich? Ich packe das erst mal hier hin. Wieder so viel... Weg damit. Was mache ich mit dem Müll? So, wir legen mal den Anker an. Mal versuchen wir mal, hier zurechtzukommen. Mal schauen, was wir hier finden. Definitiv werden wir hier bei Ewa finden, die uns angreifen, weil es eine etwas größere Insel ist. Unser Floß ist da hinten, ist in Sicherheit. Wollte schon sagen, warum bin ich jetzt nicht am Rennen gewesen. Muss ich halt nur umschalten. Ah, Wassermelonen, nice. Oh, nee, nicht der Vogel schon wieder. Ausgleich der Vogel. Und ich hab keinen Bogen. Blaue Blume. Also, wir ausgleichen auf der Insel sind, wo der dicke Vogel hier ist. Und da hinten sind wahrscheinlich die Ewa. Na, komm, hoch, 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 hoch. Ja. So, warte mal. Dann wieder die Samen wegschmeißen und... Ah. Wächst, Viech. Dann haben wir einen Lama, aber den können wir noch nicht einsammeln. Komm. Komm, ich brauch dich. Ich brauch dein Fleisch. Komm schon. Noch nicht sein. Ja, dann holen wir uns lieber einen der Ewa. Die greifen uns zwar an, aber... macht dann mehr Sinn. Dann laufen die zumindest nicht von uns weg. Und so. Interessante Baumstruktur. ach hier sind wir jetzt einfach mal über unserem raft einmal um die insel herum hätten wir gleich hier hochgehen sollen hier schauen wir mal was wir hier noch finden das war entweder ein eber oder ein vogel ach da war der vogel der drecks vogel wo auch immer der ist ja ich sagte doch schnell da müssen wir in allen schnell vorbei nein ach 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 der vogel kommt nein nein aufgeben und wiederbeleben aber wir haben nichts verloren ok immerhin haben wir nichts verloren die sind weg nein weg weg aber wir müssen noch mal da hoch beziehungsweise warte waffen brauchen wir noch für den bogen zwei von denen haben wir zwei und doch noch zwei oder machen wir so dann haben wir jetzt einen einfachen bogen machen wir das mal hier hin das machen wir mal dahin dann brauchen wir dann müssen wir das so machen dass wir uns eben ein paar bäume fällen den können wir nicht fällen dann können wir die großen nicht fällen können wir nicht fällen ich glaube ich weiß schon wer da gleich wieder kommt da ist er ja ist ja der arschloch daneben haha so der schon wieder ich muss jetzt endlich mal drauf gehen gibt doch endlich kann doch nicht sein so dann brauchen wir jetzt ein bisschen was zu essen verdammt ey weißt du was wir gehen oh wir gehen einfach ich hab keinen bock hier die ganze insel hasst mich wir sind auch noch nicht stark genug um irgendwie klar zu kommen zurecht zu kommen keine ahnung wo der drecksvogel jetzt ist ich hätte die wirklich gerne ein bisschen erkundet aber leider leider sind wir nicht stark noch um allein schon gegen den e-bahn zu kommen ja ernsthaft jetzt nein die richtung genau und jetzt können wir so wo ist denn der drecksvogel da hinten ich hoffe der kommt jetzt nicht zu mir ich hoffe der bleibt da hinten dann kümmern wir uns erstmal um den ausbau vom schiff ich glaube das ding brauchen wir auch erstmal nicht genau ich drücke 10 nicht x packen wir das erstmal in die kiste hier und wo ist mein wasser da ist mein wasser komm schon ah wieder ein geschenk ein kaktus wir wissen jetzt wie man kaktänen macht dann brauchen wir den wieder ja landen kommt lassen wir erstmal so wir werden noch solche inseln öfters machen in zukunft aber noch sind wir zu schwach dafür und wir müssen hier erstmal auf umrandung kriegen dann ist das hier unten unser eingang aber wir fangen von hinten an da die umrandung jetzt braucht ein paar fässer hallo wir fässer haben äh nein nein komm hoch ja hab schon kommen sehen gehabt schauen wir mal was wir eigentlich bauen können da fehlen uns planken für diese truhe dann haben ah ne wir müssen das alles noch nach oben ausbauen oben hin erstmal brauchen wir jetzt eine größere äh truhe weil das reicht da langsam nicht mehr komm will ich haben ich auch komm so boah hat ein hoher wellengang gerade wenn wir die jetzt bauen nein eine planke fehlt noch da ist die planke kriegen wir nicht und noch da hinten hin da sind wieder eine insel voll voll kriegen wir die da gleich wenn die hier vorbeischwimmt ja 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 komm 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 ja haben wir die jetzt herstellen wo drehen wir mal wir packen die mal hier neben so ja dann können wir hier ein bisschen umlagern dass wir das mal hier rausnehmen das mal hier rausnehmen die lassen wir da drin das mal hier rausnehmen und das mal hier rausnehmen und jetzt packen wir das hier rein das hier rein hier drunter das hier rein das hier das das kommt so unten hin das da rein das da rein gucken wir auch mal dahin was packen wir mal dahin dann haben wir hier ein bisschen mehr platz immerhin so oh können wir die beiden zusammenführen irgendwie wäre das irgendwie möglich so solange wir da warten müssen müssen wir andocken trinke ich mal eben wieder einen Schluck Cola so und dann jetzt Anker werfen das müsste reichen so die Axt ne die nicht aber hier Meloni 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 komm muss reichen bitte nein können wir noch eine machen Stein und Seil muss ich jetzt wieder aus dem Boot holen so dann so können wir das machen okay so geht's auch wir brauchen nicht einmal die Sachen uns ins Inventar zu holen wir können das auch einfach wir können einfach die Truhe öffnen und schon geht das auf so gibt's hier sonst noch irgendwas den Fass wollen wir haben den Fass wollen wir haben so haben wir geschafft dann schauen wir mal was wir hier wieder reinpacken können ähm so das Schrott können wir hier reinpacken rein können wir hier reinpacken die Blätter dann packen wir auch noch hier rein ähm bretter brauchen wir die Salam können wir gleich wegschmeißen weg damit weg damit weg damit mit das hier und hier hin tun weil wir wieder übelst Hunger haben immerhin haben wir keinen Durst mehr so warte können wir jetzt mal schauen dass wir ah geil 1 2 3 und die mal hier hin so dann können wir jetzt auch mal ah okay weiter bauen können wir noch nicht habe ich selber jetzt vermasselt aber wir haben immerhin wieder ein paar Schuss wenn wir noch mal auf so eine Insel kommen dass wir sie wenigstens verteidigen können oh und ich wundere mich warum äh knallt mich die ganze Zeit hier gegen ähm schade jetzt aber um die Pflanzen hätte jetzt gerne schon ein paar Blumen mehr gehabt aber egal das machen wir ein andermal das wird irgendwann hier unten das wird quasi irgendwann der Maschinenraum wie fertig sind eigentlich beziehungsweise hier hinten wird der Maschinenraum sein und der vordere Teil da werde ich dann wahrscheinlich hier den Boden wieder abreißen müssen aber jetzt erstmal hatten wir so Gebrauch würde ich hier vorne quasi der Netzaufhängraum äh das ganze Zeug hier aufsammeln die beiden sind nicht im Einklang oder warte wir ziehen den einfach auf dann kann ich jetzt noch mal was trinken so und den müssen wir irgendwie kriegen komm schon nicht runterfallen nicht runterfallen ach komm egal dann schwimmen wir hin dann scheiß auf den Hai ja Hai tu mich auf komm ich muss da hoch das wäre richtig bitter hätte ich dann noch bis da unten hin hier hinterher schwimmen müssen ja ich muss aber auch sagen unser Schiff schwimmt gerade mit dem Arsch voran wir fangen hier an so dann müssen wir hier auch dann so machen so den wollen wir kriegen komm schon ich muss näher kommen ich muss näher kommen komm zu Papa jetzt haben wir ihn oh da kommen direkt gleich zwei nice wieviel gekommen sind da kommen auch noch ein paar mehr ah so viel Holz war da jetzt auch nicht bei ok warum warum war da jetzt nicht so viele Planken bei hier waren jetzt drei Planken bei so dann können wir hier den hier machen genau schön dass der Hai das hier nicht angreift dass er da nicht rankommt kommen wir an dem ran nicht ganz so dann müsste es jetzt sein ja nice er hat aber echt nicht viel da fehlen noch zwei Planken danke danke ich finde es aber krass wie stark eigentlich das Meer hier oder Ozean oder was muss das sein so eigentlich vermüllt ist ne in dem Fall eigentlich ausnahmsweise mal besser für mich weil ich kann mir daraus meinen mein Schiff hier meine zukünftige Brick immer weiter ausbauen und jetzt ein Palmblatt auch noch dazu bekommen finde ich jetzt nicht so knorke aber naja noch mehr bauen ne ich habe null Holz ich würde sagen den Bereich werden wir dann gleich mal ausbauen so und ja wir haben ihn erwischt so dann mal schauen was wir wegschmeißen können oh die Dinger können alle hoch aber die Pakete machen wir mal auf ein Becher und ein Tisch es ist immer ein Becher und ein Tisch okay nicht immer ein Becher aber immer ein Tisch irgendwie mit bei oder so ein Sofa wir haben wieder Hunger das heißt wir müssen angeln weil wir nichts zu essen haben oder haben wir ja haben wir glaube ich nichts so und nochmal so und noch ein Drohnen hier wir müssen gleich schnappen nach dem Fisch so komm 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 ja da ist der geil okay dann machen wir das so die Planken braucht er nicht okay so hier und nochmal füllen so nochmal eine Planke rein hier ist genug Planke drinnen jetzt keine Fässer mehr doch da hinten kommt einer da hinten ist ein Raab da hinten ist ein Raab da müssen wir hin so die Planke nehmen wir mit die Planke den will ich haben ja geil das hat gereicht bis dahin gereicht ja man ich feiere diesen Metallhake oh steht sogar drauf Torschen hot Achtung heiß ja wie ich sagen in der nächsten Folge werden wir definitiv auf den Rafter drauf gehen und unser unser Liebesboot die Agonische Maid werden wir dann auch noch ein bisschen ausarbeiten also zumindest ist das der Plan dass wir ein bisschen mehr Holz kriegen damit wir anfangen können eine Etage höher zu gehen ich bin's euer Max Deus und ciao Geben ca will merci glaub oft ila dann 早 sü Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018